Musik Riesenandrang herrschte beim Nachtflohmarkt zugunsten der Kollegienkirche im Furtwänglergarten. Energischer als bei jedem Abverkauf drängten 2000 Schnäppchenjäger vor allem zu den Ständen mit den nagelneuen, aber trotzdem verbilligten Trachten und Textilien. Das Einkaufen wurde so richtig zur Herausforderung. Ja, es war schwierig, weil so viele Leute da sind. Das war das Problem, dass man gar nicht durchkommt, aber es macht einfach Spaß, sich so durchzuwühlen. Es war sehr schön, es ist ein ganz einfaches schwarzes Kleid. Weniger Gedränge herrschte beim Flohmarktverkauf aus dem Festspielfundus, wo einige imposante Stücke den Besitzer wechselten. Der Werdigkeit ist eigentlich nicht so da, aber für die Kirche ist das in Ordnung. Was machen Sie jetzt damit? Ich stehe auf der Terrasse. Andere hatten bei dem Flohmarkt auch die Gelegenheit, alte Bekannte wieder zu entdecken. Wir sind Tapezierer in Salzburg und haben diese Stühle auch irgendwann einmal original so gemacht, wie sie sind. In dem Zustand natürlich nicht. Jetzt werden wir die renovieren und dann haben wir die Originalbestuhlung und werden sie wieder fachgemäß verarbeiten und schön machen. Einige Stücke hatten aber mehr als nur sentimentalen Wert. Ein wunderschöner Füller von Montblanc um 150 Euro statt 250, eine Versace-Uhr um 550 statt 1000 Euro. Montblanc ist preishältig, da kann man nicht meckern und nicht motzen. Wie schade, dass ich schon fast alle habe. Wirklich, aber Mozart noch nicht. Als Impulskauf war die Versace-Uhr aber dann doch nicht günstig genug. Für unsere Tochter habe ich mir gedacht, die kriegt ein Baby und jetzt dachte ich mir, ihr Mann kauft ihr eben weil die Uhr. Aber sie sind beide nicht da und ich möchte es nicht so über, ich möchte es nicht so entscheiden, ohne dass ihr es seht. Aber es schaut schön aus. Es schaut toll aus. Wunderschön, wunderschön. Hauptattraktion des Abends war allerdings die Kollegienkirche für deren Erhalt, der Erlös des Abends zugute kam. Die eigentliche Idee war, um den Salzburgern auf eine andere Art die Kollegienkirche näher zu bringen und ihnen vielleicht einmal auf diese Weise bewusst zu machen, was für ein Juwel diese Kirche ist. Und jetzt werden wir hier regelrecht gestürfen, die Menschen haben sich das erwartet. Ich meine, das ist unfassbar, wie viele Leute da gekommen sind, aber sehr schön, nicht? Für diesen Anlass kam auch Landeskonservator Ronald Gopje vor der Aufführung von Amida noch auf einen kurzen Besuch vorbei. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das getragen wird, nicht nur von Großsponsoren und auch von Stiftungen oder von Gebietskörperschaften, sondern dass das wirklich in die Richtung Bürgerbewegung geht, dass die Bevölkerung das mitträgt. Höhepunkt war schließlich die Versteigerung der Original-Hocker verschiedener Festspiel-Tischgesellschaften. 200 Euro brachte der Älteste der drei Hocker ein, auf dem der erste Jedermann, Alexander Meussi, gesessen ist. Also meines Erachtens hätte er 300 leicht bringen können. Wegen der Kirche oder wegen der Hocker? Auch wegen der Kirche. Um einiges begehrter war die Sitzgelegenheit von Jedermann Kurt Jürgens, die schließlich vor über 500 Euro an den Designer Andreas Enzenhofer ging. Das ist eine ganz persönliche Geschichte, weil das ja mein erster Jedermann war, den ich gesehen habe in Salzburg. Und jetzt, ja, Kurt Jürgens. Muss ich mir überlegen, vielleicht im Garten und bei meiner Birke hinten und als Abendsitz, wo ich mein Glas Wein genießen werde. Zum echten Schnäppchenjäger entwickelte sich schließlich Wüstenrot-Generaldirektor Helmut Geier, der nicht nur den dritten Jedermann-Hocker, sondern auch noch die edle Versace-Ureinheimste. Ich bin kein Schnäppchenjäger, ich unterstütze nur die Aktion. Und weil ich den Herrn Perterer sehr mag, weil er ein ganz ein Guter ist bei den Salzburger Nachrichten. Deswegen, ja, die Firma Kalte ist mein Uhrenlieferant. Was haben Sie im Haus eingekauft? Ich habe im Haus eingekauft, ja. Ob Lampenschirm, Dirndl oder Designeruhr mit den erbeuteten Stücken im Gepäck, dies man den Abend schließlich bei Jazzklängen, Bier und Würstel ausklingen. ganz schön! Hab's ist noch ein Lapp. Vielen Dank.